Diesmal von Maestro, ich glaube es wird auch ausgesprochen, ich weiß es nicht, das sage ich in mir im Video, weil ich es nicht weiß. Ein 64er Ford Thunderbird, äh Ford Fairlane Thunderbolt im Maßstab 1 zu 24. Finde ich, ist ein sehr cool, sehr detailreiches Modell, wenn man das sehen kann. Ich hoffe man kann es sehen, sieht auf jeden Fall sehr geil aus mit den Vollschalen, Sitzen mit 3 Punkt Gurten. Ist jetzt bei Oldtimern nicht so meins, aber dann der Motorraum, oh kann man den Motorraum sehen, ich hoffe man kann den Motorraum sehen, das Licht ist nicht besonders gut. Oh da liegt sogar ein Feuerlöscher drin, sehr nice, was haben wir, nein das geht nicht auf, hier ist eine richtige Bank von Lautsprechern drin. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus dieses Modell, habe ich irgendwann mal gekauft, ich weiß es nicht, ist auch schon ein bisschen her, stand bei mir Seite nur auf dem Schrank rum. Ich hoffe das Video hat euch gefallen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ihr könnt mir gerne ein Like da lassen, wenn ich den finden sollte im Internet, werde ich natürlich auch einen Link setzen, der ist wie immer unten drunter, bis denn dann, ciao.